Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du das Entsprichtzeichen in Microsoft Word einfügst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünscht du dir zu einem Thema ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du hier siehst, befinde ich mich in unserem Beispielsdokument in Word. Du kannst dieses Beispielsdokument ebenfalls für Übungszwecke nutzen. Den Download-Link findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was das Entsprichtzeichen einfügen eigentlich bedeutet. In manchen Fällen benötigt man für ein Dokument das sogenannte Entsprichtzeichen, welcher ein Gleichheitszeichen mit einem Dach überhalb darstellt. Hier sieht es nun so aus, dass genau dieses Zeichen ein sogenanntes Sonderzeichen ist und man hat hier nun zwei verschiedene Möglichkeiten in Word, um es einzufügen. Gut, wie machst du das nun? Fangen wir an mit der ersten Methode über Symbole. Hierzu gehst du auf den Reiter Einfügen und hier rechts auf Symbol. Nun klickst du da drauf und gehst auf weitere Symbole. Nun ist es wichtig, dass du hier die Schriftart Cumbria-Math auswählst und rechts unter Subsets die mathematischen Operationen. Nun kannst du hier das Entsprichtzeichen suchen und mit Klick auf Einfügen einfügen. Der zweite Weg ist, du schreibst in deinem Dokument 2259 und drückst im Anschluss Alt und C auf der Tastatur. Das ist der Kurzbefehl für das Entsprichtzeichen und somit kannst du dies ebenfalls einfügen. Zusammengefasst gibt es eben zwei Möglichkeiten, einerseits über die Shortcodes mit 2259 oder eben über die Symbole mit Cumbria-Math. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits und zwar möchtest du dein Microsoft Word-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft Word-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft Word. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads im Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft Word-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.